Ja und damit willkommen zurück zur Baldur's Gage 3. Ich habe leider das, was wir quasi in der letzten Episode gemacht haben, noch mal machen müssen, weil ich nicht gespeichert habe. Das ist voll super. Nur eine Sache hat sich geändert. Ich musste ja auch den Part hier neu machen und habe Alchemistenfeuer reingeschmissen, damit der Mord quasi für mich gilt. Und dann gab es ein bisschen Stress und bin dann geflohen. Sympathie ging ein bisschen nach unten. Ich wollte das eigentlich mit Unsichtbarkeit machen, aber das hat nicht funktioniert. Der eine Typ ist dann wieder gekommen und der hat gemeint, ich soll zu den Grabsteinen gehen, ein Geheimwort sagen und mich vor dem Tribunal stellen. Das ist irgendwo da hinten. Ja, probieren wir das mal. Achso, ein guter Assassine bin ich nicht. Hierfür sind komische Dinge. So, äh, wo genau muss ich hin? Ah, rein. Äh, die Kasten. Der Pallaturpreis. Ja, jetzt noch eins nebenan. Hier drin? Hm? Ah, kann du heillos Grabsteine? Da muss ich hin. Wer redet denn da so? Ah, er. Okay. Ja, dann gehen wir mal hier. Hm. Nee, ich mache jetzt hier keine Särge auf. Ja, wie passend, dass das hier alles mit Grabsteinen ist. Oh. Was haben wir hier? Oh, Knopf. Ah. Äh, Losung. Ach, da sieht's ja wieder kuschelig aus. Wie sieht's denn aus mit Trinken? Sollte ich nochmal nicht Short Rest machen. Mache ich mal. Oh, und vielleicht speichere ich nochmal. Gut. Und schauen wir mal. Pergament. Machen wir mal gucken. Nee, mache ich nicht. Mache ich nicht. Mache ich auch nicht. Und dann kommen wir hoffentlich in den Tempel rein. Tribunal-Vorkammer. Ach, er. Ja, ja. Who has sacrificed what I have? Speak. We are approached. So still thy rant. Share you shall in murder's chant. Who is this? Some worthless imitator, no doubt. A forgery. Ja, kein Problem. Das ist ein Fehler. Das ist ein Fehler. Dass dieses Tribunat so perfekt in der Mitte aneinander bekämpft, zeigt schon, dass es nicht Wahl dient. Wir sollten es zerstören. Sollte man es? Eigentlich. Nee, angreifen. Wo ist er denn? Äh, warum ist das jetzt wiederholend? Äh, aber... Äh, irgendwie? Wieso geht das nicht? Weil da steht er hier nicht. Ich glaube, das ist ein Bug. Ähm, was ist, wenn ich... Ich guck mal, ganz kurz speichern. Was passiert, wenn ich Nummer 1 mache? Ah, okay, dann greifen es halt alle an. Hm. Ja, eigentlich ist nicht das, was ich wollte. Gut, wie sehen wir aus? Verwandlung, Fluch brechen. Na, wenn wir nach vorne gehen. Nice. Und gehen wir weg. Was machen wir? Schönes Kältestrahl. Hm. Ohne des Wahnsinns. Ziel muss Humanoide sein. Wir sind nicht Humanoid. Ähm, so. Dann würde ich sagen... Zielpunkt ist nicht... Äh, warum nicht? Äh. Nicht genügend Bewegungsrate. Ja, das ist natürlich super. Das hat nicht funktioniert. Alter, der hat 166 Lebenspunkte. Der 113. Geil. Achso, oh ja, warte mal. Der Kampf. War fern Boden. Gut. Äh. Leckt mich hier schon ein bisschen auf, dass die andere Option nicht gegangen ist. Oder ich schlaute halt nochmal 9, ne? Boah. Hm. Arlet ein bisschen doof. So, was können wir eigentlich Schönes machen? Fliegen? Nö. Resistenz. Sonnenstrahl. Cool. Cool. Gut. Dann macht's ihr mal. Cool. Äh. Noch ein bisschen mehr. Er hier. Und das war's. Okay. Na, Kampf. Blinde. Ah, den erwische ich so nicht. So, machen wir so. Nice. 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 Okay, gut. Keine Kontrolle. Ja, sehr geil. Gut. Was können wir noch so Schönes machen? Hm. Hm, 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 hm. Weiß nicht. Nee, das machen wir nicht. Ich soll nicht übertragen auch nicht. Ich glaube, wir gehen jetzt mal da mit einem Feuerball rein. Aber ohne, dass ich meine Leute treffe, wenn's geht. Okay. Hat ein bisschen gezwebelt. Ja, Massenheilen brauchen wir eigentlich noch nicht. Oh, mein länges Geschoss. Nummer 12. Ja, das geht ja schon. Vielschlag. Schön. Söderle, wir holen euch Angriff hier drauf. Geil. Vielschlag. Hm, wie wär's mit... Rückenbrecher. Na, entwaffnend. Gut. Gut. Ab, fertig. Ähm, du einmal volle Kanne hier drauf. Äh, Spalten... Nee. Gut. Fertig. Sehr gut. Fertig. Nice. Dann machen wir hier nochmal einen Quick Save. War jetzt nicht so, wie ich es eigentlich haben wollte. Wollen wir hier so schön jetzt mit dabei. Uh, da ist lange Schritte. Nehme ich mal mit. Oh, Plattnuss des finsteren Streiters. Jeder Linie Schatten ist um eins verringert. Forte Berettungswürfel. Uh. Du, das unfrommen, grüßiger Hauer. Deine Gegner sind Berettungswürfel gegen deine Zauberaktionen. Die vorzufügen eben Nachteil. Uh. Wer ist ein Zauberplatz des ersten Grades? Und einen Schlüssel. Den brauchen wir. Nehme ich auch mal mit. Gut. Einmal rein da. Das Trieb. Oh, da sitzen welche. Ja, guten Tag erstmal. Du, das ist ein Zauberplatz des Zauberplatz des Zauberplatzes. Prodigal servants, each returns to do his bidding eternally This is the court of the Dread Lord's Tribunal I am its custodian Here come those who seek to transcend Aspirants of his most profane order The would-be unholy assassins of Baal But you are no mere Aspirant I did not expect to see you again So it is true Er kennt mich Oh, das heißt, der hat was gegen mich Hmm Yeah I have heard it said You lost your memories Let me revive them You were once Baal's favorite You worshipped him the way he would wish Your bloodlust innate Your thirst for butchery unslakeable But you were foolish enough to think yourself untouchable You didn't see Orrin rising through the ranks You were blinded by her artistry Her devotion You believed she worshipped you as much as all the others Your fall was as spectacular as your birth The purest Baal spawned there ever was Ruined by his own hubris But now you have returned Tell me Are you here to have your vengeance on my granddaughter Is this good, that I say, I will this I will try it I see why Orrin spoke of you With daggered spite But this is not her dwelling place Orrin resides within our father's temple She may have usurped you once But all her rites and rituals Will never match her to your natural gift Baal is about to name a new chosen All is between you and my granddaughter, Orrin now And Orrin has much to learn Our lord does not care for beauty Baal cares only for death Death in numbers Death in droves It is a lesson It is a lesson Orrin Will only learn in death I wonder if you will be the one To teach her She seeks to sacrifice you In our father's temple She dreams that your corpse will be her masterpiece But she forgets Before your incident You were the true master You were murder Pure murder No excesses No pretensions I believe you will be the one To slay Orrin That's the way And when you do Remember grandfather Saravac Remember how he helped you Return to visit him And tell the blood drenched tale of your victory We have a sacrifice prepared for you Child of murder Oh scheiße Let us celebrate your becoming I don't know I don't know I don't know Wer Das sein wird Was ist hier hinterher? Oi 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 Auf was für einem Pfad bewege ich mich hier Oho Nicht die Person wo ich dachte das es wäre Ja. Ich spiel jetzt mal voll mit. Das ist schon dezent unfair, ne? Ich spiel jetzt mal. Wo ist dein Pfeil im Lacken? Das ist alles so abgefacht. Will be done. Das ist alles so abgefahren. 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 Okay. Alter. Ich glaube wir machen aber nochmal den Long Rest, bevor wir da in den Tempel reingehen. Ich glaube da gibt es dann ordentlich einen auf die Mütze, eigentlich. Schnellreise. Da ist er auf einmal. Was zum Ernst jetzt? Geil. Okay. Ähm. Geht sich das aus? Nicht Glühbewegungsrate. Ja, war klar. Gut. Wir stellen uns mal auf die Seite. Es ist schön, dass das am Anfang nicht funktioniert hat. Da hätte ich mir den Kampf eigentlich sparen können. So. Immer feste draufhauen. Dankeschön. Bitte nochmal draufhauen. Oh, das ging schon. Holy shit. Okay. Ah, das nehme ich auch mit. Nehme ich auch mit. Den Dolch. Nee. Nochmal ein Dolch. Aber eigentlich kann ich ihn verkaufen, ne. Handtasche. Hm. Stark lebendes Gift. Weitere unsichtbar. Der Zustand endet vorsichtig, wenn du angraufst oder in Zauber wirkst. So, die Fiole. Dank des Schlafs. Oh, die Flasche. Jut. Nein. Die Tür bitte nicht zumachen. Äh. Wir gehen jetzt hier wieder raus. Warum auch immer hier... Moment. Ist hier hinten was? Das ist auch nicht Ruhe, oder? So ein Übungszeugs hier. Ist doch bestimmt ne... Ist doch bestimmt ne Falle, oder? Nee, nicht. Gedanken ist ins Fallen schärfer. Okay. Danke. Und bevor der große Kampf beginnt, sollte ich vielleicht noch diverse Schriftrollen verteilen. Hä? Na egal. So. Raus hier. Nice. Ähm. Wir könnten eigentlich grad direkt mal die Long Rest machen. Lange Rast. Du hast genügend. Ja, bitte. Ich möchte vorbereitet rein. Oh, was ist denn jetzt schon wieder? Ja. Wer bin ich? Ich bin Vraketh, Frau von Githyaghi, König regent des Sechs Arms von Tudorath. Kriegen wir jetzt von Tudorath. Oh, Scheiße. König meine Worte, Vinnisk? Wir sind Githyaghi. Wir gehen montagern. Wir schlafen aus Starrs. Wir schlafen die Pläne. Der heretische Prinz würde uns in einen Moment schatter uns. Der große Dominion schrunk zu der Hände von einem Pin. Kann das sein sein? Ist der Githyaghi-Prinse wirklich eine Angelegenheit zu seinen eigenen Menschen? Oder einfach eine Angelegenheit zu Vraketh's rule? Return zu der Astral Prism! Schlag Orpheus, der Pretender! Serve mich, und ich werde Sie. S18 Uhr, damit wir eben genau das tun. Ja, sie wird es tun, oder? Ja, sie wird es tun, oder? Das... Ach du Scheiße. Ja, ich meine, das kann ich ja nur verlieren. Ja. Ich werde nicht entzündetieren. Nur in Vraketh's might bin ich frei. Schmarzala, Vraketh. Ihre Grace ist meine Honour. Orpheus wird mit meiner Hande sterben. Und ich werde meine righte Position auf Ihren Seite nehmen. Ich werde doch nur eine Long Rest machen. Ja, geil. Gut. Also dann. Wunderschlafsack. Achtung. Was? Nein! Äh... So. Ja. Ähm... Ja. Wo? Entschuldigung, muss mal ganz... Entschuldigung, muss mal ganz... về Vorhaben... Taco Bellen. schlecht. Wenn du weg musst mit Magistern haben fühlt es mich 인 ключen. Was tut mein Schomm phong. Und nun, dass du egoist und klarangst alten drunker sind, wo er gangstaend ist, wo du ber presumably könntest. Mit mehreren Sportp hoodie zu жизнь. Oder Ausw木. Wenn duどう, 아파, Das ist das jede Cem, bevor du dich selbst dominierst. The very first reward I gifted myself on completion of my first adventure. The garments with which I concealed and later constructed my appearance as the Emperor. We spoke of my relationship with Duke Berlin Stillmane. A story I have told no one else. I have no more secrets from you. No need to resort to subterfuge. We are true allies now, working towards a common goal. Ich weiß nicht, ich find's ein bisschen doof, dass er so halbnackt wie ich da ist. Ähm... Ja, ähm... Ja... I have learned to adapt my methods to your needs. The only way we were ever going to get close enough to the brain to destroy it was by working together. But few would trust a mindflayer. So I did what I had to to convince you. I studied you. Your motivations, your actions, your desires. I deduced the best way to align your goals with my own. Hmm. Perhaps, at first, I did consider that you were just a problem to be solved. And not an easy one at that. But I persisted. I needed your absolute dedication to the cause. I anticipated the challenge, and I anticipated your resistance. What I didn't anticipate was how reasonable you would be. You don't like to be cognizant, cajoled. But you responded well to logic, to rational arguments, to cold, hard facts. You saw straight to the core of what really mattered. I didn't get that impression. And my calculations are never wrong. Wait. Moment. Sometimes. I felt almost like we were dancing on the way towards something deeper. Äh. Ja. Ich glaube, das geht gerade in eine ganz falsche Richtung. I'm sorry. You're right. Now is not the time. Forget I said anything. Let's move on to more important things. The elder brain's hive mind has grown to much. Monstrous proportions. And through the crown's magic, it has complete control over each and every member. It was intelligent before. But now, with its hive mind established across the city, it is well on its way to becoming indestructible. You know now of your father's plans to use the elder brain to slaughter the world over. One need not read minds to foresee the horrors he will pen with your hand if you do not stand against him. We must stop it while we still can, before we too become its slaves. Ja, ich glaube, das wäre jetzt fast in eine Richtung abgetrifftet, die ich sehr unangenehm gefunden hätte. Und bezüglich dem Yankee-Vertreiben, sie ist ja noch da. Weil Geschwätsbedarf gibt's mit euch beiden. Ja, was los? Nicht wirklich. Nein, dann hat er in seiner Unterstadt abgepasst. Was bei den Herrn habt ihr gesagt? Oh Gott, ähm... Why only the truth, that you bear the blame for the duke's untimely demise? Such a loyal servant of the city, so eager to hear of your exploits. Tell me, darling, how is she? Hmm... Kannst du bitte unser Lager verlassen? Hmm... She misses the fallen duke. Someone will need to step up in his absence. A man with the spirit of a dragon. His only son, perhaps. Hmm... Ah. Why? I'm supplying Will with every scrap of his infernal power. I've paid my dues many times over. I tell you what. When the time comes to squish that big baddie of a brain, I'll lend you a hand. Ernsthaft? Ja, ähm... Gut. Machst du's? Will, wie schaut's bei dir so aus? Mein Mind klingelt, als es aufbautet zu Will. Er lernt von Mazora's Meddling und Florix's Tale of the Dragon on Sur. Curse that rotten devil and her forked tongue, trying to set Eltan against me. She's a damnable inferno of chaos. What matters now is that Eltan saw sense, and we know our path forward. We'll finish what my father couldn't. We'll awaken, Ernstor, the heart of the gate. Oh, Baldurin. Founder due veneration. His guardian dragon, Ernstor, tremendous in worth. A savior below our eternal elation. Hmm. It's not just a tale. It's a history. Consider this. To wormwain the prison's deepest level. That must mean worm's rock prison. That's where we'll find the entrance to this wormway. Then this. With the shock of a true hero's spark flickers, the torches alight, and worm's eye shall awake a glitter. To open the way, we'll need to spark torches. This dragon, Ernstor, was Baldurin's ally. We'd be fools to let him sleep while the Dead Three's Chosen razed the city. Mind flayers are like devils. They just sport tentacles rather than wings. Clever, manipulative, exploitative. The emperor says he's a friend. I think we'd be fools to believe him. Maybe it's true. Maybe Stellmain allied with a mind flayer and subjected the city to their political will. Oh. Maybe he made an offer she couldn't refuse. Gute Frage. Gute Frage. Gut. Das, glaube ich, wär's. Ähm. Ich glaube. Ich werde nochmal ein bisschen Schriftrollen verteilen, eventuell noch Tränke kaufen. Und dann geht's ab in den Tempel und dann werden wir vermutlich einen dickeren Bosskampf haben. Aber ich glaube, den werden wir gewinnen. Aber für das zündet's ganz gut. Lassell, das wird noch interessant mit ihr. Ich bin echt gespannt, wie der Pfort da von uns enden wird. Hm. Macht dann uns statt befreien. Ich weiß noch nicht. Aber auf jeden Fall spannend. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Daumen nach oben da. Und dann bis bald hier im Baldus Gate. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr kein Upload mehr. Bis dann, euer Brabucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.